Man muss auch nie lange warten, also bei mir jedenfalls, ich musste nie länger als zehn Minuten warten. Und dann, ja, jetzt an der dritten Behandlung kann ich sagen, dass es mir die ganze Zeit gut ging und ich konnte Varna besuchen und überall was anschauen. Das ist toll und das ist ein schönes Land und wir haben viele Eindrücke von hier, können wir mit in die Schweiz nehmen.